Hallo und willkommen bei CKW-Stromwissen. Was bedeutet eigentlich Effizienz, insbesondere Energieeffizienz? Effizienz heisst ja eigentlich nichts anderes, entweder mit gleich viel Energieeinsatz mehr zu erreichen oder um zum gleich viel zu erreichen weniger Energie einsetzen. Letzteres an Beispiel Beleuchtung. Ich habe hier ganz viele verschiedene Lampen. In dieser Reihe ist speziell, alle diese verschiedenen Glühlampen machen etwa gleich viel Licht. Hier eine alte Glühbeere. Für das Licht zu machen, braucht sie noch 40 Watt Leistung. Ein bisschen effizienter, weil das gleiche Licht mit etwas weniger Leistung, haben wir hier die Halogen-Lampe, die noch 30 Watt Leistung braucht. Aber beides ist sehr, sehr ineffizient, und darum kann man weder Halogen noch die alten Glühbeeren noch auf dem Markt posten. Doppelt effizient sind die heutigen LED-Glühlampen. Diese macht sogar mehr Licht als die alten Glühbeeren und das Ganze noch mit 6 Watt Leistung. Und am effizientesten haben wir hier die moderne LED-Filamentlampen, die für das gleiche Licht gerade mal noch 4 Watt Leistung braucht. Das heisst, ich habe 10 dieser LED-Filamentlampen lassen, bis ich gleich viel Strom verbrauche wie mit einer alten Glühbeeren. Fazit, es lohnt sich bei der Beleuchtung zu Hause komplett auf LED zu setzen. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir sehen. So, das in der Lage ist. äh, wir sehen. So, wir sehen uns, Vielen Dank.